Hat er seinen Sportbeutel gepackt? Wir haben die Schuhe nicht gefunden. Guck mal unter seinem Bett. Bist du bitte pünktlich heute? Ja, versprochen. Halb so hinfähr. Ich muss. Tschüss. Kannst du mal vor die Tür gehen, ich höre dich nicht. Ich ihn einpacken soll. Sag mal, Werner, wegen so einem Scheiß rufst du mich jetzt in der Arbeit an? Richtig. Ich muss auflegen. So, hopp, zack, 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 servis bitte.